moin leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinen kanal danke dass du da draußen wieder eingeschaltet hast und ja heute geht es wieder weiter mit der 5m reihe und zwar habe ich neues mlo für euch und zwar habe ich mit einem kollegen vor kurzem erst eine playboy villa ausprobiert denn diese ist for free und da habe ich gleich gedacht startest du gleich die aufnahme deswegen seht ihr jetzt im hintergrund noch das komplette gameplay material und für den ein oder anderen könnte diese playboy will er natürlich zu sagen links wie immer unten in der video beschreibung und am ende gibt es natürlich dann auch noch mal eine installation anleitung und wenn euch das ganze video soweit gefallen haben sollte dann immer einen daumen hoch und kommentieren viel spaß mit dem video so 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 in den Resource Ordner und wenn wir das gemacht haben, gehen wir wieder zurück und gehen in die Server ZIFG und müssen das Ganze jetzt hier nur noch starten das heißt und somit sind wir auch fertig speichern und schließen, jetzt nur noch den Server neu starten und ihr habt die Playboy Villa installiert gut Leute falls euch das Video so weit gefallen haben sollte dann lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder haut rein und ciao ciao Musik 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 If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement